Wenn dein Teddybär mal krank ist und sein Atem brüchend hat Es sei, dass er einen Hüllschlag hat oder ein Herz im Pfad Geh auf Nummer sicher, bin nur Zeit, weil das gefällt Auch dem der Chirurg Z-Punkt Schrapnel Schneid ihm seine Brust auf und sieh nach, was ich dort tu Geht wie ein Blitzschnell einen Ballstart, unser Tumper schnitt das Blut Wenn du dabei Pech hast und der Teddybär geht drauf Keine Panik, unser E-Shop Weg, kommt hier nicht! Weg, die wieder auf!